Hallo meine Freunde, wir kommen zu einer Runde SG24 auf der Map Breezy Island. Mit dabei ist der Fu1. Moin. Ja. Der Team einfach ist richtig eklig und ich kenne ja einen guten Raum, wo drei bis vier Kisten versteckt sein könnte. Sehe ich nicht. Du bist bei mir unsichtbar. Aber heute ist der Einzige. Bis nach der anderen Seite. Na dann lebe ich ihn lieber. Ja, guck einfach in die Mitte. Ja, ich hab die Stoff aus. Komm, ich bin da. Ich bin da. Los, komm ich. Warte, ich bin da. Nee, das war an der Seite. Los, da auch einfach raus, los, los. Ich hab was für dich, ey. Nee, ey. Ich hab was für dich, ey. Nee, ey. Ich hab was. Genau da oben. Und jetzt kommt hier, nein, hier hin. Komm her. Hier unten ist voll der eklige Raum. Rein hier. Zwei Kisten gefunden. Ja. Kompass. Eisenhose. Kettenhose für dich. Da, da die Kettenhose für dich. Falsch. Falsch. Siehst du, das ist richtig eklig hier drin. Hier Fabi, bleib stehen. Ja. Hast du ein besseres Schwert? Ich hab auch keinen. Ich hab nur einen Bogen. Ja, nur. Ich hab nur einen Bogen. Okay. Und mit dem Kompass. Ja, jetzt Kompass hab ich oben. Ich hab auch quasi neben mir so. Pia. Ja, genau. Lass uns das auch an die Wow! Alter, der will mein ganzes Eis gut, der ist so full iron. Er hat einen Boden. Rette mich. Ja, der Fallmann ist noch Pfeile. Scheiße, weg hier. Wie mal, ich hab einfach... ich hab keinen Lund gehabt. Ich hab keinen Spaß, ich kann nicht drauf gehen. Oh, Max ist online. Komm mal auf jeden Fall, das ganze Zeit, dieses... das Ufer. Ich bin hier. Ach doch, nein, scheiße, ja, verfolgt mich. Oh. Umtrennen, umtrennen, umtrennen. Er ist ja nur der, ja. Oh fuck, wie viele hier in das sind. Wenn er mich lebt, buzelt er mich. Nein! Ist du tot? Ich hab den Entsprung nicht geschafft. Ich bin safe. Also hinter mir ist keiner mehr her. Ich kann jetzt recken. Ich komm schon, ich komm schon. Ich seh dich. Ich hab den... Hier ist einer mal sechs oder sieben Leute hinter mir. Oh, jo! Wahrscheinlich Leute... Nein! Hey, hey, hey. Geil. Ich hab nur ein Holzschwert, ich hab keine Chance, alter. Was ist denn das für ne schwulische Scheiße? Halbes Leben. Ja, harte Bogen. Ja gut, dann sag ich, das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr Runden in... Lieber Einzelnen... Also... Mehr Runden... Team oder... Lieber Einzelnen sind heute dann... Schreibt es in die Kommentare. Ja, okay. Tschüss.